So, play like a legend! Ach, gib auf Trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holstun TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack! As we head now to the Par 5 next! Ach, 13? Komm Roche, wir geben jetzt alles! Wir geben jetzt mal Gas! So, 16! 16! Okay, dann kannst du ja langsam werden jetzt! Gut! Oh, 17! Ja, nix war da! Und hier sind wir mit dem dritten Schuss! Hm... Jetzt macht er wieder links vorbei, rechts vorbei, oder? Oh! Oh, that almost went down! Oh! Oh, that was tidy! That should ensure the up and down! Judging it beautifully! Be nice to see this one go down! Let's see if they make it! Oh, nice looking putt! Und stay right where they were in today's rankings after that! Alright, get into our final stretch! Time to tee off here at the 14th! Das ist Romokult, die Bahn finde ich auch lustig hier! Das mit dem auf einmal so runter da! Und so! Das ist noch ein Ansatz zu den, glaube ich, der geht gar nicht! Nicht durch, ist gar nicht durchgängig! Der gute Rasen hört zwischendurch auf! Pulling the Riders! So! Winsborg rad to large! Wir are going to ride the world in the world in the world! 13... Halt, halt halt so... So. 13! Ich weiß, immer nicht, wenn die Scheiße wind kann ich nicht so... mache ich ich mache so so mache ich die fingers cross for a bounce to the right so nur bogen nach rechts und he ist safe in der green mit der schoss was wir schauen für dieses putt hinny das ist über 24 ft für ihn hier das ist der look at birdie bitte 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 ich muss es spannen ich muss es sehen ich kann es nicht mehr sehen ich kann es nicht mehr sehen wie knapp das war Okay, Roche als glücklicher Golfer sieht's auch gut aus. Zwölf von links. Aber langer Weg. Oh, doch zu viel oder was? Oh nein. Mann, das hätt ich auch anders haben können. Ah, ja. Du guckst mir aus, du guckst mir aus, Seele Roche. Ne? Ach, Primo, schon hin. Primo, schon hin. Wurde schon, alles wird gut. So. Wir probieren und dann, ne? Machen wir hier so und dann mal sehen. So. Bleib liegen. Hm. Was ist in front of them Henny? With this part? This is outside range for him. 26 feet. So, ich muss das, was ich nicht. Oh. 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 kann ich drüber nachdenken machen und dann ist meistens das beste sonst was ich hätte ja sein ich wollte nicht großkotz ich noch sagen sonst macht noch viel kassel wenn man das stundenlang hin und her fummelt war schon knapp und das auch Was ist das? Oh Gott, das ist das. Was ist das denn? Es war gut. Das war es noch mal. Johann, das war Helfer. war die difficulty with this t-shirt look is the green is a lot smaller than what it looks 57 und dann kriegst du noch einen dazu die zonen das ist natürlich schön das war noch immer noch weiter noch weg aber lassen wir gucken mal schauen wir mal ganz klein bisschen das war zu viel das war das zu viele hat uns da mit dem hinter zum weiter habe ich ja bin ich ja noch mal experimentieren würde überhaupt nicht ja noch was 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 bedeutet so richtig kann ja nur das mit obs die einstellung mal so sehen aber beim spielen selber wie es denn wirklich ist weiß ich nicht so 11 11 11 11 11 70 mit rückenwind und bisschen wind von der seite sollte reichen das one is all over it reichen der tue immer im bezug zum wasser der rc luke this player is with this approach shots another green regulation roche oh wie sehe ich das ich würde schon gerne haben doch schon gerne haben aber durch die großen beinchen hätte ich auch nicht sehen der sich schutz in front after that hole wenn der chance der eisbettung mit ihr holding the lead playing the last ich dachte er drückt mehr scheiß das ist nicht was sie hoffen ich hoffe ich bin sicherlich das ist natürlich nicht so ich bin sicherlich aber wir müssen so der macht darüber bisschen darüber aus dem bunker kommen wir auch noch ich will gucken was das wird in der liegen bleibt es gut ok ich dachte schon, er rennt weg oh 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 das ist ja mal eine linie, wa? die hier die sah ja interessant aus wow und da fand ich fast gleichmäßig ne? so sinus förmig so fast fast nicht dass er mich jetzt damit festnagelt du hast gesagt sie muss für mich fast da sehe ich nur so viel das muss reichen das war zu viel das war zu viel das war zu viel das war zu viel tschüss tschüss das haben wir noch klein muss noch ein paar boogies rein, wa? zum schluss ich habe es gleich von der seite und wir müssen treffen wir müssen treffen wir müssen treffen wir können gar nicht mit linie wir können gar nicht mit linie mit leider mit das ja nix mindestens ein boogie sage ich jetzt was echt es ist eine die mal wo willst machen dann hat man ja noch vorlauf ja doch den hatten wir genau war so mein Asens die These Pokal ist schön und er kam Es kam Es war ein Es war ein Spaß Was Hier Pokal ist schön Well, on behalf of myself, Rich Beam and all the hardworking folks at HP Studios. Thanks for tuning in and we'll see you next time. Mal sehen, was sie jetzt machen. Ach, da kommst du wieder in den nächsten Bestätigen. Aha. Gut. Ja, dann gucken wir erstmal. Dann fangen wir als nächstes mit mit Harald III. Fangen wir dann das nächste Mal wieder an. Jetzt machen wir aber erstmal einen Break. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe, wie immer, genug Spaß gehabt. Und wünsche euch alles Gute. Ciao dann. Euer Mario, der alte Sack. Von Holstund TV. Ciao. Ciao. Ciao.